Die Bundesagentur für Arbeit und ihre Jobcenter. Eigentlich sind sie ja dafür da, um Arbeitslose auf freie Stellen zu vermitteln. Doch das passiert immer seltener. Die Jobcenter machen es sich leicht und vermitteln gar nicht erst direkt an einen Betrieb, sondern gehen den für sie viel bequemeren Weg über eine Zeitarbeitsfirma. Obwohl das oft gar nicht nötig ist. Die Bundesagentur für Arbeit. Im Internet präsentiert sie sich als der Jobvermittler. Sie will Arbeitslose und Betriebe zusammenbringen. Hier merkt man davon allerdings nichts. Die Glaserei Raab in München. Vor einigen Monaten sucht der Familienbetrieb einen neuen Mitarbeiter. Inhaber Stefan wendet sich an die Arbeitsagentur. Wir wollten definitiv jemanden zur Festanstellung haben. Weil wir einfach gemerkt haben vom Arbeitsvolumen, ich brauche eine weitere Kraft. Doch über die Arbeitsagentur erreicht den Betrieb keine einzige passende Bewerbung. Dafür melden sich verstärkt Zeitarbeitsfirmen. Sie haben gleich mehrere Glaser an der Hand. Meiner Meinung nach ist es so gewesen, dass die Zeitarbeitsfirmen letztendlich den Job der Arbeitsagentur übernommen haben. Die haben geschaut, wer ist als arbeitsloser Glaser gemeldet. Wer braucht einen Glaser? Weil es keine Alternative gibt, stellt die Glaserei einen Zeitarbeiter ein. Und zwar ihn, Florian König. Der 21-Jährige musste sich nach seiner Glaser-Ausbildung erwerbslos melden, bei der Arbeitsagentur Rosenheim. Also meine Erwartungen waren eigentlich, dass ich möglichst schnell und effektiv, schneller als ich es jedenfalls kann, eine Arbeit kriege. Die möglichst dann auch noch sicher ist oder in der Art, aber es war ja nicht der Fall. Die Arbeitsagentur schlägt ihm etliche Jobs vor, fast nur Zeitarbeit. Von der festen Stelle in München erfährt er nichts und landet erst über eine Zeitarbeitsfirma in der Glaserei. Für seine Mutter verkehrte Welt. Das war mir total fremd, dass das auf diese Art und Weise mittlerweile abläuft. Also ich habe wirklich gemeint, die Agentur für Arbeit, die ist der Ansprechpartner von Florian. Bei den Stellenvorschlägen muss die Bundesagentur für Arbeit tatsächlich nicht unterscheiden, ob es sich um einen Betrieb wie die Glaserei oder um Zeitarbeitsfirmen handelt. So steht es im Gesetz. Nur intern bewertet sie es inzwischen besser, wenn Arbeitssuchende langfristige Stellen finden. Arbeitsmarktexperten sehen die Vermittlungspraxis kritisch. Gut ist das auf gar keinen Fall, weil man damit natürlich einen Beitrag leistet, dass diese unterwertigen Beschäftigungsverhältnisse stabilisiert werden, weil keiner guckt mehr hin, richtig in was wird denn dort vermittelt. Bei den gemeldeten Stellen der Bundesagentur für Arbeit kommen Ende dieses Jahres 34 Prozent aus der Zeitarbeit. In manchen Regionalagenturen sind es sogar 52 Prozent. In der Online-Jobbörse findet man auf den ersten Seiten fast nur Zeitarbeitsangebote. Bevorzugt die Bundesagentur die Branche? Hamburg. Wir sind verabredet mit Inge Hannemann. Sie hat in einem Jobcenter gearbeitet, gilt als Kritikerin der Bundesagentur. Bei ihr melden sich ehemalige Kollegen aus ganz Deutschland. Auch zum Thema Zeitarbeit. Die Kollegen sagen, es ist für mich eine erfolgreiche, schnelle Vermittlung. Ich rufe dort an und habe am nächsten Tag oder zwei Tage später das Vorstellungsgespräch für den Bewerber. Und mir ist es auch vollkommen dann egal als Arbeitsvermittler, ob er nach sieben Tagen wiederkommt. Wer sieben Tage beschäftigt ist, gilt schon als vermittelt. Das ist gut für die Zahlen, die die Mitarbeiter erreichen sollen. In E-Mails werden Vermittlungsquoten täglich zurückgemeldet. Inge Hannemann sagt, das Verhältnis zwischen Zeitarbeitsfirmen und Bundesagentur ist zu eng. Es gelten besondere Vereinbarungen. Zeitarbeitsfirmen bekommen einen Account, um Stellen zu übermitteln, einen persönlichen Zugang für die Online-Jobbörse und es gibt für sie Veranstaltungen mit Arbeitssuchenden. Wie den Zeitarbeitstag. In den Räumen der Arbeitsagentur Singen in Baden-Württemberg. Die Zeitarbeitsfirmen präsentieren sich hier als Partner der Behörde. Sie schlagen mir wieder neue Bewerber vor, dass ich nicht immer die gleichen Gesichter bei uns habe. Einfach wieder neues Personal aufkommt. Frische Mitarbeiter für die Zeitarbeitsfirmen, weniger gemeldete Arbeitslose in Singen. Beide Seiten sind zufrieden. Wenn die Kunden, also unsere Zeitarbeitsfirmen, sagen, es hat sich rentiert hierher zu kommen, wir haben genügend Nachfrage nach unseren Stellenangeboten erhalten, dann ist das für mich erfolgreich. Für die Bundesagentur ganz normale Veranstaltungen. Zitat, die regionalen Agenturen für Arbeit entscheiden im eigenen Ermessen, wie sie im gesetzlichen Rahmen Serviceleistungen für den Arbeitgeber erbringen wollen. Der große Gewinner sind die Leiharbeitsfirmen. Denn die mit öffentlichen Mitteln finanzierte Infrastruktur der Stellenbörse, der Bewerberprofile, das können die Leiharbeitsfirmen quasi kostenlos nutzen, um ihr Geschäftsmodell, nämlich anderen Unternehmen Leihpersonal zur Verfügung zu stellen. Da können die sich kostenlos bedienen. Das Leihpersonal ist für kleine Betriebe oft richtig teuer. Die Glaserei in München kalkuliert für einen erfahrenen Glaser 3500 Euro monatlich. 4000 Euro waren es aber für den jungen Zeitarbeiter, weil die Verleihfirma mitverdient. Einfach anstellen darf die Glaserei den Zeitarbeiter auch nicht. In seinem Vertrag steht, erst nach zwölf Monaten kann er ablösefrei gehen. Sonst berechnet die Zeitarbeitsfirma ein hohes Honorar. Der Glaserei war Florian König auf die Dauer zu teuer. Er wurde schon wieder an die nächste Firma vermittelt. Das ist eigentlich immer nur ein Hin und Her. Man hat nie die Sicherheit, man hat nie das Geborgenheitsgefühl. Man hat keine Motivation. Inzwischen arbeitet er nicht mehr als Glaser. Er schleift jetzt Plastikteile für den Autobau. Der Glaserei war Florian König auf die Dauer.